Jetzt wollte ich doch Angenika fragen, was du an diesem Abend angehabt hast. Du weißt ja, was man auch so trägt auf so Galas. Ich habe gelesen, du warst Filmshowbiz unterwegs. Du hast wirklich die großen Stars eingekleidet. Mittlerweile hast du deine eigene Dirndl-Design-Kollektion. Bist Model auch für Haare und kriegst da auch Neues. Ich meine, da gucken dann schon viele drauf. Was hat denn die Angenika an dem Abend? Das ist richtig. Und es war gar keine Überraschung, denn ich kam natürlich wieder mal im Dirndl. Aber das sind ja keine normalen. Nein, nein, also die Kombination hat es dann ausgemacht. Es war eine silberne Schürze dabei und ein silberner Hut.